servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal heute mit etwas alpha gameplay die letzten male habe ich es irgendwie nicht so gut geschafft euch die dungeons der alpha von dragonflight von the war within zu zeigen leute ich bin immer noch bei dragonflight damit ist aber heute schluss und wir können uns endlich mal wieder einen dungeon angucken nämlich arakara statt der echoes und ich würde sagen wir starten auch direkt rein es war gar nicht so einfach hier für eine gruppe zu finden bin ich ganz ehrlich ich habe am ende glaube ich über eine stunde in den warteschlangen verbracht und musste dann am ende noch auf meinen tank wechseln und dann hat es jetzt geklappt wir gucken einfach mal ich habe den dungeon selber noch nicht gelaufen was uns hier erwartet was wir hier tun müssen ich bin selber gerade komplett überfragt was das angeht man wird automatisch mit seinen chars auf level 80 aufgewertet das kann man schon mal festhalten das war in den anderen dungeons aber auch so und ja dann schauen wir einfach mal wie spaßig oder nicht spaßig dieser dungeon jetzt letzten endes ist natürlich das letzte gebiet ist jetzt testbar in der alpha aschka hat heißt die dungeons befinden sich dann auch alle in dieser zone heißt im umkehrschluss wundert euch nicht dass hier alles voll von neruban ist keine ahnung die dinger leuchten deswegen würde ich jetzt mal schätzen oder die haben eine bimmel am hintern so sieht es quasi aus deswegen würde ich schätzen wir müssen die irgendwie legen da waren hinten oder weiter hinten im dungeon habe ich noch drei oder zwei von denen gesehen was ein bisschen schwierig jetzt ist oder das sage ich habe ich auch bei den anderen videos gesagt natürlich habe ich jetzt mein interface nicht so wie ich es auf retail hätte mit wieg auren und anderen gedönse aber für normal dungeons sollte das ausreichen da hat auf jeden fall jetzt was ausgelöst nachdem wir diesen mob getötet haben und wie gesagt ich schätze jetzt mal einfach rein spontan ich sollte auch mal mein knochenschild aufbauen ich voll idiot hat keiner gemerkt dass ich es nicht getan habe hätte ich mal nichts gesagt ja wir schauen uns das ganze mal an ich bin sehr gespannt die vorschau zu der zone hatte ich euch auf meinem main channel bereits gezeigt und da habe ich ja tatsächlich gesagt ich finde die sehr sehr geil finde auch die neruba als solches als gegner ehrlich gesagt ziemlich cool war schon ein thema oder eine geschichte die ich in wrath of the lich king ziemlich interessant fand deswegen bin ich jetzt nicht wirklich böse darum dass wir das jetzt auch wieder haben bin mal gespannt wie sich das dann im weiteren verlaufe des addons ob die dann mit ende der ersten season quasi besiegt sind ob da noch mehr kommt i have no idea we will see jetzt erst mal hier für den dungeon okay die man dieses toxischer platzer dann muss man sie scheinbar nicht mehr töten weil sie das dann automatisch runter casten und dann scheinbar selber sterben haben wir irgendwelche berühmtheiten in der gruppe ich glaube der letzte run den ich hochgeladen hatte war ja mit nagura jana greshin chrissy mack rumi was weiß ich ich glaube keine berühmtheiten am start zumindest nicht dass ich sie kennen würde aber falls da irgendjemanden gibt wo ihr sagt allergie 6 den musst du doch kennen dann schreibt es mir in die kommentare und ich glaube wir brauchen den da hinten auch noch attik bediensteter der suriki wahrscheinlich wenn ich jetzt über die eier laufe kommen mobs raus ne man wird geslowt also merkt euch das schon mal für mythisch plus nicht unbedingt über diese eier laufen das generell über eier laufen tut meistens weh männer kennen sich aus töten erst mal die mobs jetzt hier und ich vergesse andauernd das knochenschild im story es tut mir sehr leid wenn ich nicht perfekt spiele ich bin gerade auf einer klasse die ich sehr sehr selten spiele gezwungenermaßen weil ich sonst nicht in die queue reingekommen wäre oder höpfer in den dungeon reingekommen wäre und ich muss sagen man hat sich mittlerweile kann man jetzt gut finden kann man schlecht finden aber man hat sich doch sehr an wieg auren gewöhnt das macht es noch ein bisschen schwieriger die ganzen sachen zu tracken auch wenn blizzard jetzt einem hier so ein bisschen was da in die mitte packt oder das verbessert hat im laufe der zeit aber das kann damit nicht ui avanox okay der sieht eklig aus wie so eine mischung aus spinne und einer stab heuschrecke irgendwie sowas auf jeden fall relativ eklig das ist der erste boss ein dungeon mit drei bossen guckt ihn euch gut an anne ist es doch eine spinne ist da von der seite stab heuschreckiger aus wenn ihr wisst was ich meine aber rein in den fight gucken wir mal was uns hier erwartet gieriger bis das tut auf jeden fall schon mal ganz gut auf dem tank weh und erhöht meinen littenen schaden um 50 prozent also da kann man wahrscheinlich schon mal sicher sein das tut im müdisch plus je nach key ganz gut weh es werden ads beschworen ausgezerrte krabbler ich muss aufpassen dass ich mich gut gegenheile hier die ganze zeit wir wollen nicht an diesem biss sterben gespinst schleuder jetzt kommen wahrscheinlich irgendwie netze auf den boden so ist es okay das ist interessant das sind sogar gar nicht mal so wenige was bedeuten würde ich gehe jetzt immer von der müdisch plus situation aus weil auf normal passiert meistens dann und ein lua fehler zum kill perfekt der sollte dann hoffentlich im fertigen spiel nicht mehr auftauchen aber das würde zum beispiel bedeuten dass es im müdisch plus sinn macht die plattform weitestgehend zu klieren nicht dass man irgendwann in die bredouille kommt und dann hier in diese ads reinläuft also ich weiß nicht ob diese netze dann irgendwann verschwinden aber nicht dass ich es nicht tun und dann hat man keinen platz mehr und dann ist shit okay das sind wieder die dudes die platzen den stannen wir dann da einfach mal und lassen ihn da vor sich hin platzen aufmountain kann man hier drin auch das ist ganz gut heilender ausblick was halt immer schade ist das macht es nicht viel einfacher sich zu orientieren ist dass die dungeon maps genauso wie die open world maps halt noch nicht implementiert sind dementsprechend fällt es mir jetzt ein bisschen schwere oder schwerer in einem dungeon den ich noch nie gespielt habe zu gucken wo man hin muss wobei das meistens ja relativ selbsterklärend ist von der architektur her würde ich sagen sieht schon ganz geil aus passt ganz gut in die zone rein da gibt es nichts zu meckern an dieser stelle können wir den ghoul beschwören das vergesse ich die ganze zeit übs ihr kommt mit da habe ich die akku von dreien verloren oder von zweien hat sich gelohnt den ranzugrippen der ist gerade gestorben perfekt das fangen jetzt kicken wir mal und der sieht aus massives schmettern dem kann ich nicht ausweichen das betäubt mich gut zu wissen ok weiter geht's rechts oder links rechts oder links wir gehen rechts rum sieht nicht ganz so toxik aus wobei ich wahrscheinlich die meisten mobs einfach nur nicht gesehen habe ziel mal klein dev cd haben wir die ganze zeit noch nicht gemacht wir kriegen den cocoon noch vom monk perfekt da kann eigentlich nichts schief gehen dass wir jetzt sterben tun wir auch nicht fangen jetzt immer noch derselbe hinweis wer meine alpha videos schon kennt ich habe warum auch immer keinen ton in den neueren gebieten also wir können jetzt nach okrima zurückgehen da habe ich er macht einen alarmierenden schrei ich schätze der würde dann extra mobs ran holen so wie es ist so wie es aussieht den sollte man wohl stannen machen wir jetzt auch mal da kommt die nächste scheiße falschen mob gekickt da kommt die nächste patrouille ran die holen wir uns jetzt einfach mal an der stelle und den holen wir uns auch ran was macht diese aura da drumherum leitet in der nähe von bullige blutwache 50 prozent weniger schaden ok also das heißt man möchte nach möglichkeit nicht diese dicken pat mobs auf andere mobs draufziehen sonst kriegen die 50 prozent weniger schaden wieder was gelernt gerade mal gucken ob ich das umsetzen kann wahrscheinlich werde ich es wenn wir hier um die ecke gehen direkt wieder vergessen ich will andauernd die map aufrufen um zu gucken wo wir sind wir an den vorbei nein kommen wir nicht holy shit es geht ab es geht ab ok jetzt hier nochmal def cds der bims hier tut weh den pullen wir uns wieder ran hier jetzt haben wir wieder den fall dass diese bullige blutwache mit drin ist und die dudes 50 prozent weniger schaden kriegen nicht optimal aber weil sie nicht hat sich in dem fall für mich nicht herauskristallisiert wie wir das hätten vermeiden können dementsprechend müssen wir jetzt damit leben fall scheint dass eine indy mit ein bisschen mehr trash zu sein wenn ich das so sagen darf ich habe keine ahnung wo wir lang müssen okay der monck aber scheinbar der läuft da hinten rein da unten ist anubsekt siehst du gut dass der monck da hinten hier reingehüpft ist sonst hätte ich das schon wieder verpennt boss nummero zwei was macht diese kugel i have no idea movement speed increased by 20% das ist neuer evoker spell oder gibt es den aktuell schon falls ja sorry ok der macht auf jeden fall frontals durch bohren und er macht eklige orbs die mich verfolgen wollen so wie es aussieht bodensturm ok 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 verstehe da taucht er ab sucht sich eine neue position und macht dann wieder diesen frontal also da kann man dann als tank oder generell sollte man ihn als tank scheinbar nach außen drehen und nicht in dieser kürze stehen breitet sich vor um euch mit auge des schwarms in die falle zu locken ok ok interessant da muss man in diesem auge des sturm stehen das ist eine coole mechanik gemeinsam mit diesen orbis die dann rumfliegen plus diesem frontal den der boss macht engt das den raum hier doch ein gutes stück ein nächster lua error ich würde behaupten das ist ein boss der könnte der mythisch plus interessant werden so und jetzt ist hier die boss arena versiegelt und wir kommen hier nicht raus perfekt ja was tun jetzt an der stelle kann ich mich in den tod stürzen es sieht so aus als könnte ich das wir müssen scheinbar da drüben lang alles andere macht relativ wenig sinn aber wir können es nicht gonna have to teleport out or die gut dann let's die man kommt ganz am anfang raus aber da ist ein zahmer gleiter der bringt uns wieder dahin wo wir hin wollen scheinbar hoffentlich da kann man auf dem weg noch mal ein bisschen architektur des dungeons mitnehmen wunderschön also das war jetzt nicht sarkastisch sieht wirklich ganz nett aus der monk war hier scheinbar schon mal drin der blutaufseher wenn der da so einzeln positioniert steht sieht dass das da unten scheint der end boss zu sein oder kikatal ja das ist der end boss ich wurde gerade dass der hier so einsam und verlassen steht ich hätte gedacht dass der jetzt irgendwas triggert weiß nicht weitere mobs die spawnen oder ein gauntlet event oder keine ahnung was aber dann nehmen wir den jetzt einfach mal mit hier sind fliege boys die holen wir uns mal ran bewegungsunfähig grasping blood das ist die blaue grütze hier ja ist die blaue grütze das ist auch eine interessante komponente sollte man dann auf jeden fall in zukunft nicht drin stehen und irgendjemand hat da drüben diese aufseher gepult oh boy der demon hunter wahrscheinlich hätte ich jetzt gestreamt hätte wieder irgendjemandem die eule die schuld gegeben weil starfall oder so aber nein starfall pullt auch in the ball was in nicht just just saying um die eulen ehre zu retten an dieser stelle warum hier links und rechts jetzt diese ganzen aufgänge sind das erschließt sich mir noch nicht ganz weil theoretisch macht es ja überhaupt keinen sinn da den trash zu klären also wahrscheinlich hat es einfach optik gründe um das ganze hier ein bisschen mit leben zu füllen weil wenn das jetzt ausreicht hier mit trash dann macht sich ja keiner die mühe und läuft da noch links und rechts vorbei und ne macht diesen müll da weg diese fliege putz könnten noch teilweise fies werden die sieht man manchmal gar nicht so gut dass sie da auf einmal noch unterwegs sind also vorsicht dass man die sich dann nicht später noch dazu holt und die beiden aufseher hier scheinen die letzten mobs zu sein die wir noch killen müssen bevor wir in den boss fight reingehen da bin ich jetzt mal gespannt also alles in allem finde ich die innie nicht schlecht habe ich ja in den anderen videos schon gesagt das lässt sich manchmal sehr schwierig beurteilen wie gut jetzt eine instanz ist weil auf normal einfach oftmals noch sehr sehr wenig passiert rein optisch finde ich sie aber ziemlich cool vor allem hier jetzt dieser abstieg hier unten das sieht schon alles ganz geil aus wenn ich das so sagen darf ähm und ja muss man dann mal abwarten wie schwierig der ganze krams jetzt wird die erinnert mich an avatar hervorbrechende gespinste da nicht drin stehen die ist blutarbeiter beschwört sie was machen die oder was ist ihre mission okay grasping blood wieder da kommen wir nicht raus blutarbeiter wieder oh bewegungsunfähig oh boy ich werde das gefühl nicht los ich könnte irgendwas drücken um mich daraus zu befreien irgendwie gelingt mir das eher so semi gut gut ich will hier raus jetzt bin ich betäubt fuck off ich weiß nicht ob blutika da ne möglichkeit hat dass ich mich daraus befreien kann ähm auf jeden fall interessanter fight diese diese dinger von wegen äh dass man sich da nicht bewegen kann das ist schon ist schon ein bisschen tricky also das kann würde ich schätzen den ein oder anderen run durchaus gefährlich machen ansonsten passiert hier irgendwie nicht so viel ich habe noch nicht so ganz gecheckt was diese blutarbeiter wollen es sieht immer so aus als rennen die zu bestimmten punkten hin aber hm man hätte eigentlich mal einen durchgehen lassen müssen und damit ist der dungeon besiegt besiegt arakara city of echoes sah ganz nett aus würde ich jetzt mal auf den ersten blick sagen paar fähigkeiten be ehrlich habe ich noch nicht kapiert aber hier können wir noch mal ein bisschen runter gucken kann man da runter gehen oh kann man aber da kriegt man einen debuff oh boy oh boy das war richtig viel schade holy shit holy shit da wollte ich nicht hin Hilfe und ich bin tot nice aber äh das war der dungeon haben wir zum abschluss nochmal einen klitzekleinen tot hingelegt schreibt gerne mal ähm wie euch der dungeon gefallen hat und damit dank fürs zusehen bis zum nächsten video habt ne gute zeit und reingehauen bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal